So, da sind wir wieder, frisch am Mic. Ja, die vorige Map war irgendwie ganz schön komisch, aber wir hatten zwei Fünftel der Gegner ausgelassen, aber gut. Ich hoffe, bei der Map läuft es jetzt ein bisschen besser. Muni sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Oh, oh. Ich dachte, ich bin voll. Oh, die war so, die geht. Das kann man machen. Auch wenn ich persönlich viel lieber endlich mal, ähm, äh, äh, links da hätte. Gut. Kann der so umbringen? Was macht die eigentlich? Ah, komm. Für die Liebe. Und wieder schöne Texturen. Okay. Hm. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hm, wollen wir mal. Achso, ich hab's. Ich hab's noch nicht drauf, ob man ein Safe-Bomb nennt. Wow. Na, wie geht's ja. Und, äh, guck, das macht jetzt viel rein. Ich hoffe, irgendwas ist viel hier. Ah, das tat gut. Das tat die, äh, hier so rotlicht die Milieu. Was dazu ist? Ah, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da hört die Milieu aus. Hm, da, 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 da. Komm, jetzt ist aber gut hier. Jetzt ist mal. Komm, wir hier. Ausge... Was, ruh- 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 ruh. Ah, gut, dann. Goddammit. Wie geht's aber? Oh, ich hab nur noch... Äh, wenig bis ganz ganz wenig Milizierung. Ich nehme lieber richtige Munition, so wie die hier zum Beispiel, und hier. So, dann sollte ich wohl erstmal meine Schrott hinterbrechen. Aber ich glaube, ich weiß, welch das ist, die wird aber auch stark bearbeitet, Ted. Achso, und übrigens, bevor ihr fragt, ja, ich werde dieses Pack definitiv auch mit Brudel-Drum spielen, weil dieses Map-Pack da gehört einfach Brudel-Drum dazu, ganz klar. Allerdings, und das ist der Schein-Scheine-Punkt, habe ich mich jetzt gerade halt einfach auch Dure-Drum, so 16, die eingeschossen, so nicht sitzen, das Display von Gorg, das ich mir gerade in 16 Euro gerade geguckt habe, und da habe ich mir gedacht, ja, das sieht schon arschgeil aus, und da ich selber die Gameplay-Maus bei mir in meinem Ordner-Trainer hart gedacht, ich mir einfach, ganz ehrlich, warum nicht, probiert es einfach mal, und ach du Scheiße. Oh, da müssen wir spoilern. Und dann geht's hoch. Einfach immer drauf los. Kann ich viel, alles zu viel schief gehen? Naja. Erstmal alle Begelechtigkeiten machen lassen hier. Oh, da hat man nämlich Gelegenheit los zu bekommen hier. Halt also, sobald der erste abgelaufen ist, kann man gleich den Mix nachschieben. Das ist von Arsch geil. Äh, kann man auch jemand? Ne, das. So, da war tatsächlich noch einer, ich glaube ja. So. 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 Ah, ist da. Der erste ist vorbei. Dann rechne ich die mal ab. Und klettere direkt in den nächsten. Und mit dem geht's jetzt richtig los. Da wird es jetzt der Arsch kommt. So. 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 Asph Schlacht auf Schlacht Geht doch hier, da wusste ja direkt Geul 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 Was los Geul Okidoki Einmal abbrechen Und zum nächsten rennen Digga, so muss das laufen Aha, naja Achso, nein, ich muss mir mal hier nicht nur Dankeschön, dankeschön Kann ich natürlich auch die Zeit nicht aufnehmen Ich weiß nicht, dass ich auf unserer Seite bin, ne? Aber gut, ich bin ja auch ein Monster Ein Monster, das gibt keine Liedermüppeln Oder so, oder was? Ah Monster nehmen mir die natürlich harten Proben Also, Ecstasy B Or Ähm Oh, ich weiß, was kommt Ich Weiß was So, ich bin anders aus Oh, es sieht anders aus Oh, ich hab den Oh, ich hab den Ich bin nicht weg Oh, ich bin nicht weg Oh, ich hab den die durchschlag ach du scheiße alter sind los hallo ich hätte gerne eine hätte gerne was zum ok wo wir noch machen ok ich komme nicht mehr hoch das ist natürlich auch schon ausmacht da was haben wir schon eine kraft hier so alter das geht Da kann ich jetzt gerade echt meinen eigenen Führer an. Ist doch jetzt so witz, oder? Ja! Was war das denn krass? So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Monster. Okay, hier sind auch noch Sachen drin. Aber wundern geht der denn um bei der Anzeige? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Haben Sie das alles Sequels? Ach, es gab ja keine Sequels. Nice. Gut, brauche ich jetzt bloß mal mit ein bisschen... Munition etc. aufsammeln. Und dann... Kann ich eigentlich direkt... Ah, das wird nichts. Ähm... Gehen es nicht so lange. Das hier ist noch gut, habe ich... Ja, ja, habe ich schon aufgeführt. Das ist hier meist. Ich hatte hier nämlich noch irgendwo... Rüstung. Oder war es am Startpolter? Da, wo ich entstanden bin. Da, wo ich geboren wurde. Man weiß es nicht. Ja... Ja... Okay... Aber glaube ich doch am Anfang, genau. Da war diese komische Rüstung. Ja... Perfekt. Absolut perfekt. So muss das sein. Ja... Ich meine... Ja, das ist irgendwie total unausbalanciert, finde ich. Äh, ich meine, äh... Für Waffenmods... Das heißt, 6.000 Credits oder mehr. Na? Da muss ich das schon auf dreifache stellen, damit man sich überhaupt solche Sachen kaufen kann. Aber diese komischen, ähm... 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 Äh... Kraria, wie man die nennt. Also... Diese Dinger hier. Äh... Die kriegt man für 500. Das macht irgendwie überhaupt wenig Sinn. Äh... Das ist ein bisschen extrem unausherlich. Nur ich weiß nicht, ob ich diese Werte direkt anpassen kann. Und in der PK-3-Datei rumschrauben, dann habe ich das auch nicht wirklich Lust. Oh! Oh! Ja, stimmt. Diese... 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 Animationsfilter auch. Hä? Lol... Ich kann bei dem von diesem Level gar nicht spenden, oder was? Ernsthaft jetzt? Ich dachte, Extermination wäre ja kompatibel mit anderen Mods. Ich meine, dass ich jetzt nicht praktisch wund will. Daran habe ich mich ja mittlerweile gewöhnt. Aber... Dass auch das Exit nicht funktioniert. Na gut. Welche Maps sind wir? Die sind Map-11. Mit 11? Mit 11? Mit 11? Ne, Map 10. Sorry, wie das gemacht? Daran mache ich mir. Genau, Map-10. Wir... Wir müssen's mit 11. So um, also, Change, Map, Idee, 5, ja, so, äh, gut, oh ja, genau, ja, passt, ok, dann sehen wir uns im nächsten, in der nächsten, 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 was auch immer, bis zum wieder.